Ja, das war ein richtig gutes Spiel für uns. Wir haben einen Punkt geholt und wir haben das richtig gut gemacht in der ersten Halbzeit. Wir führen mit drei, glaube ich, in der Halbzeit und das Selbstvertrauen geht richtig hoch und auch in der zweiten Halbzeit haben wir gut gemacht. Aber wir haben auch eine bisschen schlechte Periode. Da geht Flensburg vorne mit zwei, drei Bällen. Aber dieses Mal kommen wir richtig gut zurück und haben diese sieben Meter am Ende bekommen. Und dann ein Tor und dann eine Punkte.